Geht das schon direkt los, oder was? Ja! Achso! Dann hast du raus. Ja, Sponsor ist von mir erstmal egal. So, ich war Küchenteam mit dabei. Also, Daniel, gehst mit mir raus auf die. Alles klar. Dann halten wir drei A und zwei C. Hunter, sag du mal ganz kurz was. Ich geh in L-Gang. Hallo? Ja gut, ne, es geht mir nur darum, dass ich deine Stimme kann, damit ich weiß, wer wann was sagt. Okay. Ich geh mit Patrafi raus. Dann geh ich Küche. Ich bin der Springer, oder was? Na, hör mal den Weg. Ja. Ja, ich geh da. Passt mich den Tag gut machen. Gehst du auf den Berg, Daniel? Ja. Bist du gleich weg? Server, Einsatz, die Alpha ist jetzt unter unserer Kontrolle. Drei Stück. Einen angefragt. Scheiße. Hört mich? Ja. Hört mich? Toten, was geht's übernimmt. So, wir VfB pushen? Ja, kass. VfB. Bombardier. Daniel, auch spawnen. Ach, wie er mich holt trotzdem. Kiste. Vorne Vorhof, einer. Down. Ach, die verschieben bestimmt. Boah, da ist noch einer. Ja. T-B. Nice. Bei mir spawnen? Ich. Bist du gleich vorne an die Tappe? Vorne hin, ja. T-B. 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 Du gehst mit dem Paket! Ah, die Medik ist klar. Und un. Braucht ihr da Hilfe? Ich bin im Landladen. Ich spawne ja nach. Alter! Alles bei mir, Daniel? Ja, ich hab's gesehen. Nee, ich bin Last Man. Nein. Bleib safe. Ich komm zu B. Ja, das ist Random Spawn, bitte. Hab den auf B. Nice. Gleich auf C pushen, bitte. Einsatz Ziel Bravo wurde erobert. Keke, steht einer. Oh, wir haben zwei Stück auf Leck. Viel zu halten. Zu dritt auf A. Ach, sie lass ich mal nach hinten fallen. Geh über dich im Vorhof. Einsatz Ziel Charlie wurde neutralisiert. Kommen über A auf C glaube ich, ja. Oben auf dem Park zwei Stück. Der Last Will ist noch dort. Nice. Schauen bei dir. Hier dann auf dem Hügel. Kommen die nicht, oder? Doch, die sind hier wieder gespawnt. Scheiße. Geh ich mit Rot auf C. Ich helfe. Ja, gerade von vorne. Der B-Spawn ist sauber. Ja. Die haben revived. Oben auf dem Hügel. Ich bin hinter A gespawnt. Gut. Und gleich weg. Einer weg auf dem Hügel. Ist da noch einer drauf. Einer auf B sind so. Ne, die sind weg hier. Ist keiner mehr. Einer, alles cool. Alles easy. Ruhe, Ruhe, Ruhe. Nicht umsonst verschieben. Ich bin nur außerhalb der Flag Range. Alles cool. Guck nur, dass du Piepergang hast, dann ist alles cool. Guck nur, dass du Piepergang hast, dann ist alles cool. Kommen, hier wieder C. Hat mich. Bei diesem 2, Daniel. Ja, einer hat mich. Ja, einer hat mich. Abнаружen! Wraschenskauer Soldaten! Hat sie wieder ein bisschen verschieben? Er kommt zu dir, eine Achtung. L-Gang ist ja noch. L-Gang immer noch. Wraschenskauer. Wraschenskauer. Down. L-Gang ist weg. Steht noch im L-Gang einer. Einen hab ich erwischt, aber... Ja, der läuft jetzt rüber. Ah ok, jetzt ist er down. Noch einer. Er hat mich. Pack ich spawn. Kann mich wer holen? Wum Jügel. Ja, ich bin auch down. L-Gang. Gehen ins auf B. Gucken wir mal wo rüber. Noch nicht verschieben? Einen hab ich. Einen zwei mindestens. Ja. Da ist einer... Kommt... Nee, der kommt nicht raus. Da oben? Hab ihn. Wie nennt ihr den mittleren Ausgang? E-Gate. E-Gate, ja. Ah, komm wieder auf Dieper, oder? Dieper Treppe. Einen zwei. Einer noch. Noch einer unten. Hab's, hab's, hab's. Nice. Ich bin der wenigstens hier revived. Ja. Von mir... Beespawn glaub ich sind's ja. Ja, Beespawn. 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 Okay. Ab zu hinten. Noch einer. Er hat mal Aufgang. Ja, einer ist hinten unten. Hallo? Der hat gerade Einsatzziel Bravo von oben. Ah, der ist von uns. Achtung. Cool Treppe. Hab ihn, hab ihn. Heeper. Treppe lang. Wir kontrollieren jetzt Einsatzziel Bravo. Wir kontrollieren jetzt Einsatzziel Bravo. Nice. Beespawn sauber. Willkommen A-Spawn. Warte, gehst du wieder vorhof? Ja. Wir sind oben, B-Vorhof. Richtig. Der C-Berg ist weg. Fabin. Sehr gut. Das war der einzige, glaub ich. Noch einer auf A. B-Spawn. B-Ball. Fab ein. Hat mich. Alle gespawned. Einen hab ich down. Einen hab ich auch. Wir ziehen wieder. Gut. Nice. So was. Das ist gut. Gut. Hey, lass dich weg, Mensch. Ich gucke ja so ein Beckenhaus. Komm hier vor Helgang. Helgang ist einer. Einer. Zwei. Ah, ich bin dauernd. Oder was? Ja. Raus. Er hat nichts mehr, er hat nichts mehr. Jawoll. Der Vorhof müsste einer oben sein noch. Er hat mich erwischt. Tacke. B-Spawn. 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 Bei B-Spawn. Auf mich. Guck, B-Spawn. Ja, einen hab ich. Zweiten hab ich. Dritter kommt noch. Anseli, Tacke. B-Spawn. 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 Ich... Wir haben die Kontrolle überein. Das gibt Charlie-Pallon. Einen hab ich. Das ist noch einer. Die runter. B-Spawn. Guck, was ist das? Ja, ich bin da. B-Spawn. 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 Instone. Lange Treppe. B-Spawn. A-B. B ist lost. B-Spawn. A-P Champions. Randum-Spawn. Jaa, hinter C. E-Zube übernimmt. Ich bleib auf C Boah Einer Medic Kein Stress, ist hier noch Was ist der? Der steht da irgendwo drauf Ah, einer hat mich elgang Elgang hat mich auch Der wär schön low Ja, da ist einer Küchengang 2 bei dir, Wasser Oh, der Platz ist geil Der ist gut, ne? Wir pushen auf B Wir pushen auf B Hör auf Einer hat mich gesehen Das ist elgang, ja Eine Küchengang Jetzt hinter dem weißen Kasten bei elgang Ja, das gibt's gut Einer ist noch Küchengang Hör auf Hör auf Hör auf Hör auf Hör auf Ich bin mit bei B Hör auf Hör auf Hör auf Ich sterbe hier wie ein Schweine Allo da Random Hespan bei mir Kurz noch warten Ok, jetzt wissen wir wo die sind Ok, jetzt wissen wir wo die sind Stop 2 Oh, Ruh, Schneider Dopp Hör auf Und? Hör auf Ich bin fertig Bedeutung Hä, Hör auf Einsatzziel Bravo ist unter unserer Kontrolle Hör auf Hör auf Hör auf Hör auf Kriegst du jetzt C? Mh Zwei Pieper So down und Pieper? Ja Hab den, aber hinter mir ist noch einer Einer noch Pieper-Trippe Oh ja, halt Pieps-Trippe hinten Willkommen, respawn Vertreten, rechts ist er Pieper-Trippe ist down Ah, scheiße Brauchst du Hilfe? Ich bin Sanitäter Okay Ah, einer, noch an der Säule vorne bei B Der ist low Ey Instant Lass mir grad nach, Leute Ich sprüche mal auf A von oben Ich sprüche mal auf A von oben Ah, noch einer Wo? Gar nichts Razzeskava Soldata Das ist nicht Ich hoffe, wir brauchen die zweite Flagge Ja, 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 ja Ich bin der Ich bin der Ich bin der Ich bin der Ja, nicht her Das ist nicht Ich bin der A Ich bin der Da ist schon ein Küchengang, also ne, ein Küchengang, L-Gang L-Gang ist natürlich überlaut Ja, zwei Stück in der Küche sind direkt drauf Ich bin nicht ganz so schlecht Einer ist down Wart ist auch down Wir gehen auf C, Achtung Gleich bin schon einer direkt auf D Einsatzziel Alpha ist neutralisiert worden Ne, B Wir kontrollieren jetzt Einsatzziel Alpha Einer Pieper vorne Ich hab dich gekriegt hab Flüschung, franschische Soldaten Flüschung, franschische Soldaten Flüschung, franschische Soldaten Ja Flüschung, franschische Soldaten Pieper ist down Mit ihrer Flag stellen Ich bin bei A Einer hat ihr Po raus, sonst kommen sie von da rein Ja Ja, da kommen sie schon Medic Au Zwei bei mir Boah Wie übel Tickets verloren am Schluss Noch 100 Stück Nicht mehr Wir hätten glaube ich 140 zu 45 oder so Wir hätten glaube ich 140 zu Ja Hallo Ja Fällt Domination, ne? Kein Stress, alles gut Die sind nicht in Standardaufstellung? Ne Ne, sondern Gar nicht Jetzt machen wir's besser Dann wird alles gut Normalerweise besser oder schlechter als jetzt? Ich vermute das Weiter Bist du wieder da, Tommy? Bist du wieder da? Bist du wieder da? Mh Bin eingepennt, sorry Nein Bist du wieder da? Ich habe kein ruhiges Zeug aus dem Spiel Das geht nicht gut Dann spielen wir noch die Dunde So doch live Mach doch einfach fertig Wandel wieder mit mir auf C Aber ich hab gut geschlafen, als den irgendein oder anderes interessiert Habe ich jetzt nicht so Erst geschrieben NL, dann okay, dann doch live Ja, jetzt ja live Wisst ihr was das für ein Bug ist, dass man zwar unten die Perks angezeigt kriegt als voll, aber die da durchgezählt werden Also ich zum Beispiel nur Standardmunition hab Ne Einsatz Ziel Bravo wurde erobert Flakke ziehen 2 auf dem Berg Einer hier vorne schon, Achtung Ja, hat mich Na gut, dann legt er nicht rein Ein Piepertreppe Wir haben gerade Einsatz Ziel Charlie verloren Ich, oder was? Wir versuchen mal Ziel Poe Steine, komm mal zu mir Zu wem traf ich? Ja Hier Nicht einer da, Achtung Habt ihn Noch einer da, Achtung Aber halt mich Geht rechts um die Ecke Wir sind alle down Die Berg Genau, ich zieh Die Berg Wir haben Einsatz Ziel Charlie neutralisiert Keeper Ich glaub die sind bei mir Ja sind sie Zwei Leute Hab einen Drei gespawnt Ja das ist da unten mit drei Leuten Ich kämpf nicht mal hier weg Auf A Ja Mit dir, alles Nee auf A, vielleicht steht direkt einer hinter der Kiste Boah Hier ist deine erste Hilfe Da, ich sehe den feinlichen Soldaten Da, ich sehe den feinlichen Soldaten Hier über den Gang rein Ja Er hat mich auf 4% Ah Nur noch einer auf A Hab ich Ja A geht nicht grad einer rein Ja Auf ich Die erste Er hab ich auch noch mal Einsatz Ziel Alpha wurde neutralisiert Was muss da Ah, Medic 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 Einer Oh, der hat mich Noch einer Noch einer Noch einer Auf ihn Hinten, hinten Pitchen Pitchen Ich hab noch einen Ich hab noch einen weg Ich geh hinten den Po Einer vorne, einer Elgang bitte Ah, kommt direkt einer Michel Ja, der hat Michel Hat 8% noch Na gut, hab ich Hinten Hinten Ich geh Hinten 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 B B geht Hier auf B Einsatz Ziel Bravo ist Verloren Wieso nicht? Ich stehe doch besser zu C, oder? Boah, was? Nee, ich war ja auf A Die Ich glaub, dass vom Weg keiner kommt Auf haben wir einer Lamp Keeper Zwei Leute Kommt jetzt bei einer Fleck Unten auf C Voll Okay, okay Noch einer, glaub ich Keeper Ja, Keeper noch einer Ich hab den feindlichen Soldaten gesehen Der gerätzt Hol dir das Medic Ganz kurz raus zu C Hinten Granate Ab weiter Nice 1,2 Alex, komm mal her, übernimm Er ist weg Keeper ist da Ich komm von C, geht Wir haben gerade Einsatz Ziel Charlie neutralisiert Müssen wir mit zwei sein Weil er wurde gerätzt Komm mal Treppen Achtung, Achtung Einsatz Ziel Charlie ist jetzt unter unserer Kontrolle Da kommt einer Ja Ja Keine Ahnung, wie das denn Zwischen B und A Ich bin Sunny Hab einen Ich bin tot, aus dem Pieper Ja, hab ihn Vorne vor, Papa Genius, jawohl, nice Nur halten Pull dich lieber nicht, sorry Achtung, B geht's in die Wo soll ich hin? Bei wem spawnen? Bei wem spawnen? Hunter Lass sie kommen Ich komm wieder Ich hab einen Laserpunter gesehen Gott, down Noch einer Oh, da ist noch einer, ja Loll Hat mich eh gern weg Bis zu einem gewissen Punkt Treppe, oder? Immer noch Ja Dann zu dir, Daniel Gut Einer ist draußen Hier bei uns Achtung, hier einer Gang Gang, ja Ich hab einen feindlichen Soldaten in Ordnung gewinnt Ich hab den Drausten Depot schon Naja, Depot kommen sie rein Hab den Oh, von der einen Seite, Gott Hör zu Kischen, gerade Hörner Gang hab ich Hörner Gang Wuhu Da hast du ihn umgeklaut Ja Ja Ergang Komm wieder Ja, haben mich Ergang Ja Einer ist Küchen Wir pushen jetzt Zwei, drei Leute Achtung, einer kommt Sie geht raus Die geht Und zwei gehen Elgang Achtung, ich hab nen feindlichen Geeper Ich bin der Zehner 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 Ja, zwei Schicks von draußen Ja, sie geht Kommt zu spät Ich bin der Einheitsattack Jetzt Ja, der hat mich instinkt Geeper Wir haben heute Einsatzziel Charlie Neutralität Nein, aber ich seh's noch nicht Beide sind down, aber Beide sind down Ich hab nen B-Spawn bekommen Ich hab keine Munition mehr jetzt Ich hab deine erste Hilfe Na, unten Pieper Treppe Zwar steckt Ja, ich bin down Ich hab eh keine Munition, aber Pass auf, ist einer Pieper Darf ich liegen, ja? Ja Hab den, hab den getradet Sind auch dabei Okay Wir kommen über Gang Wir kommen über Gang Ehrlich Gang rein Da ist noch einer Einer, B-Bag Ich bin zurück Über Treppe war grad einer Ich bin der Flosser zwischen dem Berg Pieper 2 Pieper 2 Pieper 2 Die Eiger Einer weg Sehr schön Einer ist noch Pieper Treppe Einer ist noch Ja, ich Decke Einer kommt, Elgan, Achtung Einer kommt, Elgan, Achtung Brauchst du El? Ich bleb hier Einer kommt zu dir, E-Max Ja, hat mich Der rift Siehst du? Hier kommt das Medikind-Kumpel Achtung Einer zählt Charlie Wurde neutralisiert Drei Pieper Warte, komm schon Von B-Gate Drei Pieper Einen hab ich Kommen über C-Gate raus Gut, alle weg Bleib C, bleib C, alles Boring Bleib C, bleib C, alles Die kommen hier bei mir C-Gate, C-Gate Kommen über Elgan Ah, fuck Drei Stück Elgan Fünf Prozent Kommen die auf A, da gehen die auf C Ich weiß es nicht, ich seh gar nichts Ah, hab ich Kommen hinten raus, auf Elgan Medic und Depot Weit noch safe Bin hinten gespahnt Hab den Ich attacke Einer Pieper Einer auf C Ja, auf Frag Ja Das sind zwei bei mir, hab beide Die Pieper hab ich Oh, da kommt noch einer Noch einer, aber Pieper unten, glaub ich Und Pieper treten auch nicht Oder direkt Pieper Ja, zwei Leute Pieper Kommen rein, After Halt dich drauf Ah, ich bin down Bin hinter B gespahnt Die sind bestimmt auf A, da drauf Bin hinter B gespahnt Okay, kontrolliert, Daniel Die Hittung, Hittung Ach, Scheiße Die fertig Wir haben gerade Einsatzziel Bravo neutralisiert Brauchen wir C wieder Ich pushe die für C, Takke Ab gerade den feindlichen Soldaten in eurem Bereich gesichtet Over Ich bleib mit auf B Alter, unten Ich hab ihn auf meine Pose gefaked Wenn's geht, bei mir sparen bitte Ich hab immer viel HP Und, leider Noll Abpush Ja Gut Zwei Stück, eine Küche Einer ist, eine Flag Also, können zu dritt auf C Einer C Hab den Versuch über Depot zu Da ist einer C gate Ist der falsche Fuck Oh fuck Ah fuck Ah fuck Dann auch zu einer Ja, aber richtig, ey Ich denke, wir sind auch geil Oh, ich bin down Ich bin als Einziger auf B Bitte ein bisschen hierher von meiner Hinten, Depo Bitte euch Ach, Scheiße Eine unserer Leute Wir wurden getroffen Kann mal kurz save auf C Ab einen auf C Ab einen auf C Komm, über B gate Ja, Kapit Ah ne Die die Flag Es passt Und überdeckt nur A L halten L Gang, C gate Einsatzziel Charlie wurde neutralisiert Da ist dein Medikit Komm zu mir Noch einer auf B, oder? Einziger Charlie ist jetzt unter unserer Kontrolle Ja, ich komm gleich, wenn ich da Traff ich vom untenrum, zu dir Ja, schön, schön dicht, man Fert sich dick ins Himmel Okay, bleibst du hier berg? Ich geh vorne Ja L Gang Einer ist hier bei mir, den hab ich Da sieht er mir noch einer Ich frag Boah, wo kommt denn hierher? Einer ist jetzt berg Zwei gesporen, Achtung Ich hab nen feindlichen Soldaten gesehen Noch einer da Der geht auf B, B, B B, B, B Hab ich dich jetzt grad Ja, sorry Ja, egal Bleib dein Gegner ist alles cool Pieper Pieper Treppe, oder? Er hat's nen Piep auf mich geschossen Hm Hier ist ne Tacke, der schockt Ah, ich bin down Hier oben oben noch einer, der geht auf B, B vorhof Ich seh nen feindlichen Soldaten Push A Direkt on Flag Gut, bei der down Nice Ja Rauf einer, ah Kommt jetzt Pieper, Achtung Noch einer down Ah, hinter uns steht spawnen war einer Da kam einer runter hinten Ah, einer noch Direkt on Reden spawnen Und bei mir Ja, ich hab der Reden spawnen, aber bei mir Gut down Arz Einer noch B im Am Ding Einer neben dir, der liegt schon genau Ja Ich hab deine erste Hilfe für dich So, A, B Treppe Ja Nicht Ausdruck, nicht Ausdruck Kriegt ihr B? Jawoll Jawoll Ja Nur auf die Fletsche gegen mich Ja 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 Im Ja Ja Du